Wir verlassen jetzt Puerto Escondido. Die erste Station ist Capatula. Das ist an der Grenze zu Guatemala. Mal schauen, was Guatemala dann so für uns zu gehen hat. Mexiko konnte alles. Strand, ganz gutes Essen, ruin, Geschichte, Wetter, nette Leute. Wir fahren wieder über Nacht und sind geplant 13 Stunden unterwegs. Es ist jetzt 1 Uhr. Jetzt gibt es erstmal eine halbe Stunde Pause. Für einen Fischtaco oder so. Jetzt ist es halb sieben. Jetzt sind wir in Capatula. Die Fahrt war schrecklich. Wir sind fertig und jetzt haben wir auch gar keinen Plan, wie es überhaupt weitergeht nach Guatemala. Mal gucken, ob wir hier irgendjemanden finden, der uns da hilft. Oder weißt du, wie es weitergeht? Ne, Franzi schüttelt den Kopf. Ja, dann gucken wir mal. Jetzt bin ich wach. Einmal in den Kopf gestoßen. Wir sitzen im ersten Kollektivo nach Talisman an der Grenze. Da werden wir dann wahrscheinlich rüber laufen. Das sieht doch wie eine Grenze aus. Die letzten Meter zur Grenze sind wir jetzt gelaufen. Wir sind in der Stadt Talisman. Hoffentlich bringt das Glück. Offiziell ausgestempelt. Jetzt müssen wir nur noch in Guatemala einsteppeln. Achso, und rüber laufen über die Grenze natürlich. Grenze! So, man wird hier natürlich belagert. Alle Leute wollen Geld tauschen. Wir müssen jetzt noch mal irgendwo ein... einstampen. Migration. Hat nichts gekostet. Sehr platzsparend auch, auf die gleiche Seite wie Mexiko. Sehr gut. Jetzt sind wir in Guatemala. Wenn die nur sagen, Gute Mahler! Das ist immer das Beste. Ohne Planung. Es fährt immer irgendwas. Es fährt immer. Ein Chikengürsen-Takti. Das ist ein Block für die Station. Für die Chikengürsen-Kollektivo. Frische Kekse. Frische Kekse. Von unserem holländischen Freund. Wir hatten eine hitzige Diskussion. Auf einmal wurden aus vier Ketzal, was ungefähr so 50 Cent sind, 40, die sie haben wollten für die 15 Kilometer. So, es geht weiter. Jetzt haben wir direkt so einen komischen Hühner-Bus hier gefunden. Mal gucken, ob wir mitfahren. Wir fahren jetzt nach San Marcos. 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 Wir fahren jetzt zum Frühstück. Lecker. Und was hat Ton? Tonia, Tochtas. Hey, de Mango, de Coco, de Piña, Papaya. Einmal müssen wir noch Bus fahren. Dritter Bus schon in Guatemala. Wir haben noch ein bisschen probieren vom Markt. Jetzt sind wir drei Stunden. Dann sind es auch echt 24 Stunden, die wir unterwegs sind seit Mexiko. Nach 24 Stunden sieben Transportmitteln. Taxi, Bus, Collectivo, Collectivo, Bus, Bus, Bus. Einmal über die Grenze gehen, sind wir endlich angekommen. Am Lago de Atitlan, einem riesigen See inmitten von Bergen und Vulkanen in Guatemala. Wir brechen jetzt nur noch zusammen. Und morgen ist dann Zeit für neue Abenteuer. Oh Gott, das ist ja sauhart. Das ist ja schlimmer als Nepal.